Glück auf Freunde, willkommen zurück und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum es nicht mehr grün leuchtet. Ich habe einfach mal die, äh, unsere Pip-Boy-Anzeige hier auch auf rot gescheitert oder Pip-Boy, was weiß ich. Und wir sind immer noch hier am Bahnhof, wo wir beim letzten Mal die Gule platt gemacht haben und unser Hund hat anscheinend irgendwas entdeckt. Redest du von der Kiste hier? Nee. Was hast denn du? Hier drin habe ich irgendwas übersehen, sagst du? Ui, braves Hündchen. Hier oben auch, oder was? Ich will... Hund. Nee, das andere Zeug brauche ich jetzt nicht unbedingt, oder? Ja, das war auch nur improvisiertes Zeug und weiter hoch komme ich nicht. Ich glaube, das war schon das, was der werte Hund mir zeigen wollte. Äh, ja, wir sind auf dem Weg. Zu, lasst mich mal auf die Karte, looky, looky machen. Wir sind aktuell auf dem Weg, wohin überhaupt? Buffered Station. Tötete die Raider in Corvage-Fertigungsanlage. Dahin sind wir auf dem Weg, genau. Gut, gut, gut. Äh, wie war dat noch? So war dat noch. Gut, dann, äh, ja, hier sind wir fertig. Da können wir doch gehen. Kaputte Brücke, das ist nicht schön. Was habe ich denn für Waffen ausgerüstet? Hier habe ich die Mega-Bummi, hier habe ich das, hier habe ich das. Und hier habe ich die Machete, gut. Meine Munition sieht aktuell nicht so gut aus. 10 Millimeter bräuchte ich mal wieder. Gut gemacht. Eine Plastik-Gabel, das ist auch ganz was Wichtiges jetzt. Was haben wir denn hier noch? Dutchman's Instruktionen. Kronkorken, Patrone. Instruktionchen habe ich gehabt. Lass mich mal gucken. Ach, bei Daten müsste das eher sein. Oder war das doch? Essen und Schutz, da sind Ausrufezeichen dran. Ich kann mich jetzt aber nicht um meine Siedlung gerade kümmern. Ich muss nämlich erst mal gucken. Hier, Instruktion. Mach die mal auf. Äh, liefer dein Paket an die alte Schaltstation. Der Bote trifft um Mitternacht ein. Wenn du Ausrüstung brauchst, such nach dem blauen Fass. Wir brauchen ein blaues Fass, Freunde. Da ist Ausrüstung drin. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Lappen. Oh, äh, ich muss nachladen. Ich bin hier der Lappen. Oh, level up. Mist, Kerl. Erkennungswagen. Was ist das? Das ist nichts weiter. Oh, lol, was bist du? Ach, du bist nur Erde. Gut zu wissen. Wieso ist die spektakuläre Musik noch da? Ich trau dem Frieden gerade nicht. Eine improvisierte Pistole, Nuka-Cola-Flasche, total leer. Was habe ich denn hier noch feines? Willkommen, bla bla blub. Achtung, es wurde ein kritischer Fehler im Gleiswechsel festgestellt. Bitte Gleise frei machen. Ah, da sind die Scheinwerfer gut. Ich wollte schon sagen, wenn die an sind, das müsste man doch sehen. Ach, von da aus wandert's. Such nach dem blauen Fass, wenn du Ausrüstung brauchst. Hm. Das brauche ich aber nicht. Alles andere hier ist mega kaputt. Nein, ah. Ich bin hier aktuell etwas verwirrt, gebe ich zu. Aber das Fass ist doch blau, oder nicht? So von Weitem gesehen. Nee, es ist nur rot drauf. Es ist alles ganz komisch, Freunde. Wo ist meine Waffe? Ich hätte gerne meine Ausrüstung parat. Wir gucken mal noch, was hier drüben bei dem Schrott los ist. Vielleicht gibt es hier was, was ich brauche. Zum Beispiel diese elegant schwebende Rohranlage. Ist ja ganz was Lustiges. Zählst du als blaues Fass? Ich glaube nicht, weil hier ist nix. Naja gut, Diego, komm. Wir gehen. Auch wenn du einen anderen Namen hast. Ist mir egal. Was bist du? Bist du das blaue Fass? Nee, du bist ein Klo. Schönen Dank auch. Hier unten los. Freund oder Feind? Hallo? Habe ich mich jetzt erschreckt? Einfach schön auf den Kopf zielen. Oh, dieses Vieh will nicht sterben. Hab's gekillt. So, was gibt's denn hier? Klebeband, Zahnpasta, Mahlpinsel, Schraubenschlüssel, brauche ich alles nicht unbedingt. Bist du ne Schweißerbrille? Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Weil du ein Noob bist. Wieso kriege ich hier radioaktiv? Hier ist voll die radioaktive Zone. Lass mich mal weg hier. Mit wem hat denn der sich angelegt gehabt, dass der Schaden hatte? LOL Willst du dir was ausmachen, dich aus meinem Leben zu verpissen? Hilfe! Äh, äh, ich brauche Hilfsmittel ganz schnell. Hätte ich ganz gerne... So, jetzt kriegst du erstmal richtig... ...eine drüber. Boah, war das knapp. Boah. Ach ja, ich hatte ja auch ein Level ab. Habe ich schon wieder fast vergessen. Äh, ich habe doch Tö gedrückt. Jetzt gibt's Tö. Äh, was nehme ich denn Schönes? Was gibt's denn Schönes? Und wieso darf ich nicht nach unten? Weil ich erstmal sowas hier nehmen muss, oder wie? Nehme ich denn da... ...ein bisschen Glück wäre gut. Sonst habe ich jetzt aber nix. Na gut, lassen wir das. Äh, ich brauche ganz schnell ein bisschen was für mein Leben. Habe ich echt nix mehr, was mir jetzt hilft, die Radioaktivität loszuwerden? Äh, ich brauche ganz schnell ein bisschen was für mein Leben. Äh... noch nicht genug. Ich brauche immer noch einen Stimpy. Gut, und jetzt weiter zu unserer Questmarkierung hier, bevor ich wieder eine rankriege. Oh, meine Munition sieht wirklich so elendig schlecht aus. Kann sein, wir müssen uns bald mal andere Waffen nehmen. Was habe ich denn hier aktuell noch? Hier habe ich auch nicht mehr sehr viel. Na gut, ich tue, was ich kann. Kommt, Diego, wir durchsuchen mal die Hütte. Da brennt nämlich auch Licht. Was durchaus spannend sein kann. Und es wird auch langsam wieder hell, wie es aussieht. Mystic Pines. Hast du gerade die Tür aufgemacht? Eiskalt? Was ist hier? Geschichten eines Dörrfleischverkäufers aus Junktown. Also. Erhalte dauerhaft bessere Preise, wenn du bei einem Händler kaufst. Oh, das ist gut. Da haben wir ja mal richtig was nützliches gefunden. Ich hoffe, solche Geräusche zu machen, da kriege ich doch Angst. Äh, wir durchsuchen Raum für Raum. Ich nehme jetzt erstmal hier den Automaten noch vor. Und stelle fest, da ist nix. Ne ganz schön große Hütte. Was haben wir denn hier noch drin? Kaugummi, Dandy-Boy-Äpfel, ne? Sowas. War das mal ein Pflegeheim oder so? Hier sind so viele Rollstühle unterwegs. Hi, wie geht's? Haha, ich bin so gut im Schleser knacken. Guten Tag, guten Tag. Oh. Bist du? Ein Super-Kleber. Na, dich brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Protect your hands. Okay. Schon wieder ein Schloss. Oh, du Sau. Geht doch. Wie schön. Hallihallo. Oh, es geht hier sogar in den Keller runter. Das ist ganz eine heftige Hütte. Hier. Einen Dingenskern. Den brauche ich natürlich. Jetzt habe ich ihn. Solche Fusionskerne sind immer schön. Weil die brauchen wir ja für unsere tollen Kampfanzüge. Ab und an. Gut, ich glaube, in der Hütte hier sind wir erstmal fertig mit Kontrollen. Können wir weitergehen. Oh, das wird ja eine richtige Stadt hier. W.E.T.F. Die Hütten hier habe ich noch gar nicht gesehen. Muss ich ehrlich zugeben. Lexington entdeckt. Lexington. Guten Tag, guten Tag. Hilfe. Hilfe. Binde sie und tötet sie. Abgeschlossen. TUNK. Haha. Oh, shit. Jetzt war ich. Boah, ich bin fast draufgegangen jetzt. Äh, Patronen? Wo bin ich denn? Und viel wichtiger ist die Frage, wie komme ich hier wieder weg? Ich glaube, das können wir jetzt mal getrost ausmachen. Das wird ja... Au! Au! Ich kriege ich auch noch, du Mistkäfer. Au! Verdammt! Die Molotows, mit denen habe ich einfach kein Glück. Ach, nee, oder? Also diese scheiß Molotows, mit denen komme ich wirklich nicht klar. Sind die Kacke. Ständig haue ich die mir selber über den Schädel. Aber irgendwo scheint es gespeichert zu haben. Wahrscheinlich, als wir Lexington betreten haben. Weil ich bin noch auf meinem Level. Laut dieser Ladeanzeige. Was ja doch sehr schön ist. Die blöden Molotows, mit denen komme ich voll nicht klar. Wo bin ich? Nee, jetzt im Ernst. Wo bin ich? Nein! Was mache ich denn schon wieder? Nee, jetzt wirklich im Ernst. Wo bin ich hier? Ich muss in die... Aha, ich bin hier. Hier haben wir den Red Skorpion platt gemacht. Und jetzt müssen wir quasi nochmal in die Dingenshütte. Jetzt, Raffis. Das Licht machen wir mal aus. Und die Dingenshütte war doch irgendwo hier. Da oben. Meine Güte, du Spiel, du. Aber diesmal bin ich wenigstens vorbereitet, weil ich genau weiß, was hier vor sich geht. Und bin nicht ganz zu überfordert mit der Situation. Aber jetzt will ich erstmal hier die Hütte machen. Mystic Pines. Irgendwie kommt mir das Haus bekannt vor. Ich weiß noch nicht mehr, wo was geil ist. Das hier war auf jeden Fall... Das mit dem Handeln. Alles Spielzeuge. Klappt das? Das klappt? Cool. Das sag ich doch. So, jetzt holen wir uns erstmal wieder den Fusionskern hier unten. Her mit dem Ding. So, hatten wir noch irgendwas Spannendes hier gefunden? Hier hinten waren noch die Medi-Dinger drinne. Die waren auch ganz vernünftig, wenn man die dabei hatte. Ey, jetzt komm, das war offen, du Sau. Tratzenschloss. So wird doch schon eher ein Schuh draus. Nubbins. Cool, hier ist jetzt was anderes drin. Fleisch und Bohnen. Nehme ich doch gerne mal mit. Ist da jetzt hier vielleicht was drin? Ne, nicht wirklich. Gut, äh, wir gehen weiter, Hund. Zurück nach Lexington. Ich gucke aber vorher mal an den Waffen, ob ich noch andere habe. Was haben wir denn so? Eine Lasermuskete. Wo standen meine... Ach, da steht die Munition dran. Jagdgewehr hätten wir hier. Eine Lasermuskete. Die Minigun ist schon auf dem Favus. Packe ich mal auf die Fünf. Ich weiß nur nicht, wie ich jetzt den Nahkampf mache. Weil das Bajonett ist ja bestimmt nicht ohne Grund dran. Und wir sind wieder in Lexington gelandet. Wo wir genau wissen, was die Uhr geschlagen hat, Freunde. Findet sie und tötet sie! Oh, meine Fresse. Ich komme mit dem Molly, ist echt nicht klar. Hilfsmittel. Ich bräuchte mal ein bisschen hier was. Äh, Patrone. Vakuumröhren. Immer gern, von mir aus. Was haben wir hier noch? Patronen. Klingenkorn. Für sowas habe ich jetzt keine Zeit. Es weckt megamäßig! Was ist los? Boah, was war denn jetzt kaputt? Ja, nee, klasse. Nur weil dieses Scheißspiel jetzt gehangen hat. Wie blöd. Was war denn da bitte los gerade? Jetzt müssen wir wieder bei dem Scheißskorpion da anfangen. Ich fasse es nicht. Was war denn plötzlich los mit dem Spiel? Auf einmal ging einfach nichts mehr. Habt ihr das gesehen? Das war ja Wahnsinn. Na gut, da würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Macht's gut. Ah ja, da würde kommen, wo wir mal wieder auf. Bob, wenn du das so glaubst." Wir sollten mit dem Schatz- und Schatz- und Schatz- und Schatz- und sch olmuş wird. Vielen Dank.